Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dragon Age Origins, der ersten Folge für heute, heute wieder in normaler Länge, später kommt noch Let's Play Gladius für euch. Ja, bevor wir hier anfangen, eine kurze Entschuldigung von mir. Aufmerksam wird aufgefallen sein, dass erst heute früh die Folgen von gestern kamen. Leider hatte ich überhaupt kein Internet mehr, die ganze Abend nicht. Irgendwie war dann Spinner mit dem WLAN, irgendeine Störung, deswegen ging es erst heute früh. Und genau, tut mir echt leid, aber da konnte ich halt leider nicht viel machen. Ja, beim letzten Mal bei Dragon Age hatten wir eine verkürzte Folge. Wir haben nicht so viel gemacht. Wir waren bei dem Schmied Owen, haben den überredet wieder zu arbeiten. Dafür haben wir ihm versprochen, seine Tochter Valena zu suchen im Schloss, sobald wir zum Schloss kommen. Und wir haben einen Kodex-Eintrag für den Kellnerabsee gehabt. Außerdem sind wir jetzt im hiesigen Gemischtwarenladen, der ja eigentlich abgesperrt ist. Und da werden wir uns jetzt das Nächstes umsehen. Und ja, dann wäre dann auch der Zwerggewinn, den wir besuchen werden und Catelyns Haus und die Kirche. Wir müssen also noch ein bisschen was besuchen. Also wir haben hier eine Truhe, ein Fass und eine Notiz drin. Ich gucke mir als erstes die Truhe an, würde ich vorschlagen. Fähigkeit unzureichend. Ach, das fängt ja großartig an. Okay, braucht also auch Stufe 5er oder Stufe 4er, also das Maximum am Schloss knacken. Das haben wir noch nicht. Alles klar, danach gucken wir uns die Fässer an. Diese Fässer sind mit Lampenöl gefüllt. Quest aktualisiert. Okay, mit Lampenöl, sehr spannend. Finde eine Verwendung für die Ölfässer. Neu Eintrag. Im Laden sind ja einige Ölfässer aufgefallen. Vielleicht könnten sie bei der Verteidigung Red Cliffs dienlich sein. Ja, Ölfässer, Öl brennt ja. Also Feuer und Feuer könnt ihr den Untoten gar nicht gut bekommen. Wir müssen hier auch noch einen Kodex-Eintrag lesen wegen Owen. Nämlich sprich mit Murdoch. Owen hat eingelenkt und das Feuer seine Schmiede wieder entfacht. Murdoch wird sich über die Nachricht freuen, dass Owen bereits mit den Reparaturen der Ausrüstung der Belize begonnen hat. Ja, ist ja nicht unwichtig. Beides wichtige Informationen. Aber wir wollten Owen erst Bescheid sagen, wenn wir halt mit dem noch gesprochen haben. Okay, also das Lampenöl hier könnte wirklich praktisch sein. Wir können damit auch sonst nichts machen. Dann zuletzt gucken wir noch die Notiz hier am Boden an. Eine Einkaufsliste. Einser auf der Einkaufsliste. Neuer Kodex-Eintrag. Wollen wir gleich mal sehen. Zucker, Weizenmehl, Filetiermesser, Ingwer für Opas Darmwinde. Tinte, Öl aus Dorsch, Leber, getrocknete Pilze und Rouge aus Olé. Nachfragen, ob es bald wieder Bienenwäcks gibt. Notiz auf zerknülltem Papier. Okay. Da es hier aber leer ist, scheint hier länger keiner mehr gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, diese Einkaufsliste ist nie abgeschickt worden. Okay, mehr ist hier nicht drin. Deswegen gehen wir wieder raus. Und ich würde vorschlagen, jetzt unterhalten wir uns zwar mit diesem Devin, mit dem Zwerg. Der war hier in der Nähe. Davon ist die Kirche. Genau, hier war der. Ähm, und schauen mal, was der will. Die Tür ist verschlossen und scheint erst kürzlich repariert worden zu sein. Okay, wir wissen, er hat sich eingeschlossen. Oh, und da ist ein Bildhänger. Ich warte kurz. Wir wissen, er hat sich eingeschlossen. Jetzt ist der Bildhänger weg. Ich hoffe, es war der einzige. Ähm, und er möchte nicht mitkämpfen. Ist ja ein Zwergenhändler. Ja, ich werde jetzt erstmal Hallo sagen. Wir könnten Anschluss aufbrechen, wir könnten es knacken, wir könnten Türklopfen oder Hallo sagen. Ich sage erstmal was. Hallo? Niemand reagiert auf den Rufen. Okay. Dann klopfen wir mal an die Tür. Ich will halt nicht direkt rein einbrechen. Das ist es, deswegen. An die Tür klopfen. Keine Reaktion. Okay, entweder ist er wundig da oder ihn interessiert es nicht. Ja gut, dann werden wir das Schloss knacken. Tür mit Dietrich öffnen. Wir könnten es auch aufbrechen, aber ganz ehrlich, dann hält er uns für den Gegner. Und ich will ja eigentlich nicht, dass er uns für den Gegner hält. Deswegen Schloss knacken. Tür mit Dietrich öffnen. Die Öffnissen ist zu Schloss mit Geschick. Sind wir ja eh gut drin. Mal sehen. Weiter. Und auf nach drinnen. Mal sehen, ob er da ist. Großartig, Eindringlinge. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund, in mein Haus einzubrechen. Okay, er ist da. Und er ist nicht sehr begeistert. Ja gut, das ist jetzt nicht sehr überraschend, dass er nicht begeistert ist. Nicht, dass wir in seinem Haus waren. Ähm. Ja, einschüchtern könnten wir gleich. Wir gehen, wohin wir wollen. Außer ihr wollt uns aufhalten. Er hat Wachen bei sich. Er ist auch sehr bewaffnet, natürlich. Aber er ist kein Krieger, wie wir wissen. Er ist ein, also er hat große Erfahrung als Kriegerlaufmörder, aber er ist ein Händler an sich. Ich werde nicht einschüchtern. Ich glaube, beim Zwerg mir einschüchtern wäre er nicht so gut. Verzeiht, ich will euch nichts tun. Entschuldigung angenommen. Ich heiße Dwin. Nett, euch kennenzulernen. Und jetzt raus! Ziemlich unhöflich, der Zwerg. Der links von ihm, der, ähm, was weiß ich, Leibwächter oder vielleicht Söldner, hat eine ziemlich coole Kriegsbemalung. Ähm, ja, ich gehe aber nicht raus. Was macht ihr hier drin so eingeschlossen? Überleben. Unsere Vorräte reichen eine Weile. Und meine Jungs und ich können besser mit Waffen umgehen, als es die Narren da draußen jemals lernen werden. Überleben würde ich das aber nicht nennen. Das ist wie bei Owen. Das ist eigentlich nur ein, äh, sich verstecken. Ich meine, ich glaube mir schon, dass er gut mit Waffen umgehen kann, aber er wird halt hier drin nicht auf Dauer überleben. Ähm. Ja, ich sage jetzt das Dritte. Ihr solltet da draußen helfen, das Dorf zu verteidigen. Ich meine, es ist ja nicht der Erste, den wir überreden, das Dorf zu verteidigen. Wir hatten ja auch den Wirt, den, äh, Lloyd überzeugt und wir hatten den Birwick überzeugt, den Elfen. Und, äh, ja, Owen kämpft zwar nicht mit, aber der ist halt auch ein alter Mann. Der hilft zumindest mittens in Reparaturen. Der Zwerg hier ist allerdings nicht sehr alt. Ihr solltet da draußen helfen, das Dorf zu verteidigen. Weil ich meine, wenn das Dorf fällt, was will er dann hier drin? Er sagt ja, die Vorräte reichen eine Weile, aber natürlich nicht endlos. Warum? Haben wir die Dorfbewohner etwa je geholfen? Ähm. Ja. Sie haben bei dir Waren gekauft. Würde ich also schon sagen. Murdoch braucht ihr euch bei der Miliz. Wir könnten auch sagen, ihr seid ein Feigling. Oder vielleicht kommen sie ja, wenn ich euch angreife. Aber ich will mit ihm eigentlich nicht kämpfen. Und ich will ihn auch nicht beleidigen. Obwohl ich ihn durchaus gerade ein bisschen feige finde, wenn ich ehrlich bin. Murdoch braucht ihr euch bei der Miliz. Und? Rekrutiert ihr jetzt für Murdoch? Ich sage euch dasselbe wie ihm. Ich riskiere meinen Hals nicht für dieses Dorf. Nein, ich rekrutiere nicht für Murdoch. Er hat uns ja gebeten, mit ihm zu reden. Und da er seinen Hals nicht riskiert, merke ich schon. Wir könnten ihn nochmal einschüchtern. Ich will ihn aber nicht einschüchtern. Wie gesagt, ich glaube, das bringt nichts. Eure Chancen sind da draußen besser als hier drin. Wenn er so ein guter Krieger ist, würde er draußen eher überleben. Weil wie gesagt, auf Dauer wird er hier drin nicht überleben. Spätestens wenn die Vorräte zu Neige sind, würde er mit seinen Wachen hier sterben. Kann ich euch nicht umstimmen, könnten wir auch sagen. Aber nee, vor mir ist das verflünftig. Aber Chancen sind da draußen besser als hier drin. Danke, aber das riskiere ich. Draußen rumlaufen und darauf warten, dass man umgebracht wird, das kann jeder. Ziemlich feige Einstellung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das kann jeder, ja. Und hier drin stirbt man nicht auf Dauer, ne. Ich dachte ja, du wärst so ein großer Krieger. Wenn du so ein großer Krieger in so gut Waffen umgehen kannst, dann ist das ein bisschen eine doofe Meinung, finde ich. Kann ich euch nicht umstimmen. Möglicherweise. Woran denkt ihr denn? Ah, jetzt könnten wir ihn überreden. Wir könnten auch sagen, dass wir ihn anheuern mit Gold. Dann würden wir ihn halt quasi bezahlen. Aber bezahlen will ich ihn eigentlich nicht. Ja, unterstützen. Äh, einschüchtern. Ich werde ihn überreden. Ich lege bei Ben Teagan oder dem Aal ein gutes Wort für euch ein. Vermutlich gelingt euch das sogar. Gut, ich schließe mich der Miliz an. Für den Moment. Ihr solltet auch da draußen stehen, wenn die Sonne untergeht. Ich kämpfe nämlich nicht für eine aussichtslose Sache. Okay, Quest aktualisiert. Er ist mit seinen Männern gegangen. Ja, ich habe auch vor, draußen zu stehen, lieber Zwerg. Interessant, wie schnell er sich jetzt doch entschieden hat, für die Miliz zu kämpfen. Ich verstehe ja grundsätzlich schon, dass er nicht für eine aussichtslose Sache kämpfen will. Aber ganz ehrlich, er hätte ein bisschen näher sein können. Ähm, du konntest, du bin überzeugen, sein Haus zu verlassen und der Miliz im Kampf beizustehen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ein Zwerg ist halt eine große moralische Hilfe für die Dorfbewohner, für die Miliz. Und für die Ritter vielleicht auch, weil sie dann sehen, dass es nicht umsonst ist. So, ist hier irgendwas drin in dem Haus. Ich will mich nur mal kurz umsehen. Ein gemütliches Bett hier. Sonst ist hier schon mal nichts. Ich hoffe, es war der einzige Bildhänger. Und hier in dem Raum. Da ist eine Truhe. Aber die Truhe können wir nicht anwählen. Okay, Interessant. Oder, können wir die anwählen? Ne, die können wir nicht anwählen. Ah, vielleicht später. Okay, dann haben wir jetzt Dwin überzeugt. Wir haben Lampenöl gefunden. Jetzt, denke ich, ist es an der Zeit, zu Murdoch zurückzukehren und ihm die guten Nachrichten zu bringen. Ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass wir das hier hingekriegt haben. Okay, also auf zu Murdoch zurück. Ist jetzt der Dwin hier draußen. Da ist Murdoch, da ist Berwick, sehe ich. Ähm, und da sehe ich auch Gauner. Ja, ach ja, die Gauner sind, äh, die Gauner sind Dwin's. Okay, also die Gauner sind Dwin's. Söldnär, er bezahlt siehe. Er hilft jetzt den Leuten. Das ist sehr gut. Aber die Gauner merkt man schon, sind da nicht so sicher wie er. Was mich ehrlich gesagt nicht besonders überrascht. Ich will nochmal mit ihm reden kurz und mit denen auch. Man munkelt, der König sei tot und in Ferelden herrsche Bürgerkrieg. Zum Glück habe ich eine feste Arbeitsstelle. Tja, man munkelt nicht nur, das ist auch so. Was sagt der andere? Diese Miliznaren sind froh, dass ihr besoffener Schmied nun doch mithilft. Aber wir brauchen seine nächsten Liebe nicht. Ziemlich hochmütig für einen Banditen. Die Axt von dem einen mit der Kriegsbemalung gefällt mir. Ja, was sagt würden selber? Menschen können bei Schwertern Griff und Klinge nicht unterscheiden. Das wird sicher interessant. Hey, die meisten Menschen können das sehr wohl. Wie gesagt, das sind ja auch keine ausgebildeten Kämpfer. Da vorne ist auch Lloyd. Mal sehen, was Lloyd sagt. Ich bin hier, mir ist kalt und ich werde jetzt bestimmt sterben. Hoffentlich amüsiert euch das genauso wie Murdoch. Ach, Weichei. Nein, mich amüsiert es nicht. Aber wie gesagt, jeder sollte hier kämpfen. Okay, da vorne ist ja noch der Berwick. Den würde ich mir auch noch angucken wollen und dann mit Murdoch reden. Aber erst Berwick. Ich werde kämpfen, das ist unfassbar. Das habe ich jetzt davon, dass ich mich hier habe reinziehen lassen. Tja, du hast den Spionagejob angenommen. Bevor ich jetzt mit dem Murdoch rede, hier war noch irgendwo eine Todeswurzel. Genau da. Mir ist also über ihn und Morrigan Bescheid. Ihr habt davon gehört. Ja, ich glaube, ich weiß, wovon ihr sprecht. Seid ihr damit einverstanden? Haltet ihr das nicht für gefährlich? Gefährlich für wen? Für sie oder für ihn? Für alle Beteiligten. Sie ist ein Malefica. Verdorben bis ins Mark. Wie kann er nur? Das ist keine gute Idee. Sie wird einen schlechten Einfluss auf ihn ausüben. Ich gebe zu, dass ich diesen Gedanken auch schon mehrmals hatte. Aber seht es doch mal so. Vielleicht übt er ja auch Einfluss auf sie aus. Ihr seid in derlei Fragen einfach viel zu verständnisvoll. Könnte nicht mal ein Urteil fällen? Ich versuche gerade mich aufzuregen. Puh, das tut mir leid. Dann regt euch meine Teilen auf und ich nicke dazu mit dem Kopf, wenn ihr wollt. Ähm, ähm, ich mach mal kurz auf Pause. Liebe Gefährten, ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, ja? Also sie haben sich gerade über die Beziehung unterhalten zwischen uns und Morrigan und ja, Alistar findet das nicht so gut. Ich meine, dass Alistar mit Morrigan nicht grün ist, das ist ja nichts Neues. Dass Wyn mit ihr nicht grün ist, das Thema hatten wir auch schon mal im Lager. Ähm, zumindest hat Wyn Verständnis. Das fand ich persönlich gerade ganz gut, dass sie sagt, vielleicht üben wir ja einen positiven Einfluss auf Morrigan aus. Ähm, Alistar, der Satz, mit dem ich versuche gerade mich aufzuregen, war natürlich ganz lustig, aber ganz ehrlich. Wenn er so Befürchtungen hat, warum spricht er uns nicht direkt drauf an? Weil wir stehen vielleicht, keine Ahnung, maximal einen halben Meter vor ihm. Also, äh, ernsthaft, lieber Alistar, dass wir das nicht hören, das glaubst du auch selber nicht. So, ich will die Todeswurzel haben, bevor ich mit dem Murdoch dann spreche. Der dürfte sich freuen, weil, wie gesagt, die Ausrüstung wird repariert und der hat hier jetzt viel neue Unterstützung bekommen. Von Wyn, von Berwick, von Lloyd, auch wenn er Lloyd ja nicht mag. Ähm, der dürfte sich sehr freuen. Wir haben beim letzten Part beim Schmied auch noch einen Plan gekauft für eine große Falle. Kann ich mich erinnern. So, lieber Murdoch, ich hoffe, wir kriegen eine Art Belohnung. Zumindest ein Dank wäre schön. Nicht mal eine Belohnung, nicht unbedingt, weil die haben hier nicht viel Geld, aber zumindest ein Dank wäre schön. Ihr lasst die Taverne Freibier an die Miliz verteilen? Meine Männer sollen bei Sonnenuntergang zwar nicht betrunken sein, aber es hebt die Moral. Und sie denken mal nicht an das, was kommt. Seid bedankt. Und führt anscheinend endlich die benötigten Reparaturen durch. Der verdammte Narus betrunken. Trotzdem sieht die Schmiedekunst bei ihm ganz leicht aus. Das ist gut genug, würde ich meinen. Ich benachrichtige Ben Thiegen, dass die Miliz kampfbereit ist. Wir werden diesem Schweinen einen unvergesslichen Empfang bereiten. Ja, das klingt so, als wäre Murdoch hochzufrieden mit allem. Die Miliz ist bereit. Auch wenn er natürlich gesagt hat, dass er auch betrunken ist. Aber wie schon gestern bei mir, wie auch gestern ich meinte, er ist halt trotzdem gut genug, um die Arbeiten durchzuführen. Und auch das mit dem Freibier. Ich hatte befürchtet, dass Murdoch nicht so mag, aber sehr gut. Ich möchte über Dwin sprechen, könnten wir sagen. Wie ist die Moral? Wir sagen noch nicht, dass wir bereit für den Kampf sind, weil das mit Catelyn würde ich noch gerne machen, bevor der Kampf ist. Wie ist die Moral? Ihr habt Owen zum Arbeiten gebracht und wir sind deshalb brauchbar bewaffnet. Das ist eine große Erleichterung. Die Miliz ist tatsächlich bereit für den Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ist noch irgendwas? Tja, lieber Murdoch, wir haben ja auch gute Arbeit geleistet. Ich habe einige Fragen. Ich will noch nicht kämpfen. Oh, nur zu. Oder gibt's da nichts Neues? Das haben wir. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Es ist kaum noch Zeit bis Sonnenuntergang. Ja, das weiß ich. Ich möchte über Dwin sprechen. Genau, das hatten wir vorher. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt nochmal mit Überredner muntern können, aber ich wollte erst fragen, wie die Moral ist. Seine eigene scheint ja eher mittelmäßig zu sein. Ich möchte über Dwin sprechen. Danke, dass ihr ihn überredet habt, herzukommen. Ich bin sicher, er wird uns eine große Hilfe sein. Ja. Ja, prinzipiell schon, aber er schien ja nicht unbedingt viel übrig zu haben für Menschen. Ich möchte noch über etwas anderes sprechen. Es ist kaum noch Zeit bis Sonnenuntergang. Ja, das ist mir klar. Okay, ich komme wieder. Muss, äh, bitte, äh, muss nur was überprüfen. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Ah ja, dein gutes Gefühl. Das freut mich. Quest aktualisiert. Belagertes Dorf. Ähm, der bitte. Murdoch denkt, dass die Miliz bereit für die Schlacht ist. Wir haben jetzt Verteidiger Redcliffe bei ihm erledigt. Wir brauchen halt auch noch, wir müssen auch noch in die Kirche. Wir brauchen auch noch die, die göttlichen Schutz für die Ritter. Und das Ölfeuer. Aber über das Ölfeuer konnten wir mit ihm jetzt nicht sprechen. Okay, aber es ist schön, dass er ein gutes Gefühl hat. Jetzt würde ich gerne zu Kate ins Haus gehen. Wie gesagt, bevor wir in die Schlacht ziehen, würde ich gerne alles erledigt haben. Weil ich weiß nicht, ob wir später noch Gelegenheit dazu haben. Und ich bin gerade phänomenal falsch gelaufen. Trotzdem, dass Alistair und Wyn so halb hinter unseren Rücken reden, wegen Morrigan, finde ich nicht so gut. Ehrlich gesagt. Ich meine, ich verstehe, dass sie Zweifel haben. Wo geht ihr hin? Wollt ihr uns nicht helfen? Ähm, doch. Ich komme wieder, keine Sorge. Natürlich werde ich euch helfen. Warum, lieber Thomas, sprichst du uns jetzt an? Wir werden wohl kaum noch hier sein, wenn ihr zurückkommt. Ich meine ja nur. Lieber Thomas, ich habe nicht vor, abzuhauen. Nein! Wieso sind wir jetzt hier? Ah, ich wollte nicht weg. Wir sind jetzt irgendwie am Anfang des Dorfes. Was, warum? Wieso? Wollte ich gar nicht. Ich frage mich trotzdem gerade, warum wir da oben rauskamen. Ich wollte eigentlich nur zu Kate ins Haus gehen. Ich wollte nicht das Dorf verlassen. Das war jetzt gerade seltsam. Ein bisschen. Ja, gut. Dann schauen wir jetzt nochmal, dass wir zu Kate ins Haus kommen, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, ob wir in der Folge die Schlacht haben. Ehrlich gesagt glaube ich nein. So, bist du Kate ins Haus, du bist englisch veranladen. Dich suche ich nicht. Ich möchte zu Kate ins Haus. Gehe ich hier vormal. Da unten ist die Holzkiste. Die war doch irgendwo hier hinten. Die, 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 die Hütte. Ja, die Holzkiste suche ich nicht. Na? Kann doch nicht wahr sein. Okay, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Irgendwie bin ich gerade unfähig. Hier ist der Gemischschwanladen. Hier ist Kate ins Haus. Wir müssten eigentlich... Das müsste eigentlich hier um die Ecke sein. Hier vielleicht. Ah, da ist es ja. Oder? Da ist es, Kate ins Haus. Okay, ich gucke nochmal. Wir haben noch neun Minuten. Okay, dann kommt in der Folge die Schlacht auf keinen Fall. Aber das wollen wir noch erledigen. Ich will das erledigen, bevor wir in die Kirche gehen. Weil da können wir gleich bei der Kirche zwei Sachen machen. Deswegen... will ich das davor erledigen. Okay, also hier könnte vielleicht ihr Bruder sein. Da vorne ist ein Buch. Das wollen wir uns als erstes anschauen. Die Legende von Kallenhardt. Kapitel 1. Neuer Kodex-Eintrag. Ich glaube Kapitel 2 hatten wir mal. Vor der Krönung von König Kallenhardt war Ferelden kaum mehr als eine Ansammlung unabhängiger Arithymer und Terrans... äh Terniere. Die sich ständig wegen Kleinigkeiten bekriegten. Kallenhardt wurde 15 erhabenes Zeitalter geboren. Als dritter Sohn eines Händlers aus Haia war, der finanziell gerade in Schwierigkeiten war. Also wurde er schließlich zu einem entfernten Vetter geschickt. Einem armen Ritter namens Sir... Forrennen. Der Kallenhardt zu seinem Knappen und Hundeführer machte. Legende nach wurden Sir Forrennen und sein Knappe dann in einem der damaligen Kriege um die Verteidigung des Landes verwickelt. Al Myrdin war ein starker, aber nicht gerade beliebter Mann. Der Anspruch auf die Königswürde erhob. Forrenens eigener Lord, ein junger und ziemlich dummer Al mit Namen Tenedor, kaum älter als Kallenhardt, wurde von Myrdins Streitkräften in seiner Burg belagert, die heute als Westhügel bekannt ist. Als Myrdin Tenedor zu Verhandlungen bat, suchte der junge Al einen Freiwilligen unter den Knappen, der sich bei der Abordnung als Tenedor verkleiden sollte. Kallenhardt kniete vor Tenedor nieder und ersuchte um die Ehre. Zum Entsetzen von Tenedor und Sir Forrennen gab sich Kallenhardt vor Al Myrdin zugleich zu erkennen. Auf die Frage, weshalb er hier sei, erklärte Kallenhardt, er solle den Platz seines Lords einnehmen. Der Al sagte, er habe vorgehabt, Tenedor zu töten. Ob Kallenhardt auch anstelle seines Lords sterben wolle? Kallenhardt beeindruckte Myrdin und seine Verbündeten, indem er dies bejahte. Myrdin bot Kallenhardt eine Stelle als sein Knapper an, aber Kallenhardt lehnte ab. Wenn Myrdin das Verhandlungsabkommen habe brechen wollen, sei er kein Mann von Ehre. Darüber lachten Myrdins Verbündete, aber Myrdin gab zu, dass Kallenhardt damit Recht hatte. Er geschattete ihm die Rückkehr in die Burg und begann dann mit seinem letzten Angriff. Dabei fielen sowohl Tenedor als auch Forrennen, während Kallenhardt plötzlich Al Myrdin Auge in Auge gegenüberstand. Von Myrdins Verbündeten besiegte Kallenhardt den Al und verlangte dessen umgehenden Abzug. Der Al fragte Kallenhardt, wem er nun nach dem Tod seines Ritters und seines Lords dienen wolle, worauf Kallenhardt antwortete, dass er seiner Ehre folgen würde, denn sonst habe er nichts. Ihr seid kein Mann, der für seine Ehre bekannt ist, sprach Kallenhardt, aber ich glaube, das werdet ihr gern. Ihr habt mir einmal das Leben geschenkt, darum tue ich nun selbiges für euch. Wenn mehr von eurem Volke ehrenhaft wären, könnten wir vielleicht genug Vertrauen fassen, um zusammenzuleben. Und damit steckte Kallenhardt sein Schwert weg. Eure Worte beschämen mich, sagte Al Myrdin zu Kallenhardt und kniete nieder. Sein Verbündeten rief er zu, ihm sei nun klar, dass er nie König sein würde, aber er wüsste, wem diese Ehre gebühre. Und Myrdins schwul Kallenhardt hat die Treue. Er nahmte ihn zum Terran und überstellte ihm Tenedors Ländereien. Ja, wir hatten, glaube ich, mal Teil 2, bin ich mir relativ sicher, ich gucke hier mal. Genau, Teil 2 hatten wir mal. Da war auch das mit Al Myrdin. Das war also jetzt Teil 1. Ja, interessante Geschichte, der Kallenhardt real, ich meine, ganz interessante Storys. Da ist eine Tür, glaube ich. Äh, zum Beispiel auch gestern am Kallenhardt sehe, der ja nach ihm benannt ist. So, ist hier was drin? Hier ist nichts drin. Okay. Was auch immer wir hier suchen, es ist im Obergeschoss. Zweiter Stock. Ich hoffe halt, dass wir jetzt nicht überziehen, das wäre nämlich blöd. Wir gehen auf jeden Fall hoch in den zweiten Stock. Das ist im ersten Stock bei jetzt hier nichts Besonderes. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch vier Minuten. Wir können vielleicht noch das hier durchgucken. Da geht's nach unten. Hier ist eine Truhe. Und ein Bücherregal. Okay. Ich schau mal die Truhe an. Schlüssel erforderlich. Ah ja. Hier hat es zumindest nicht mit unseren Schauskranken zu tun. Was ist bei dem Bücherregal? Geschichten für Abenteuerlustige, belehrende Geschichten. Neue Kodex-Eintrag. In diesem Augenblick erkannte er, dass er nicht allein war. Das verlassene Lager erschien ihm unfassbar einladend. Es wirkte wie eine Sinnestäuschung. Das Feuer umschloss sein Herz wie eine warme Hand. Er erinnerte ihn an ein früheres Leben, vor langer Zeit, als er noch glücklich gewesen war. Er rannte mit seinen Jungen durch Sonnenblumenfelder, die Sonne im Gesicht oder lag neben der Feuerstelle, seine wunderbare Frau im Arm. Er verspürte ein Stechen und Schmerz im Herzen. Seine Gedanken wanderten ab zu jenem schicksalshaften Tag, als sich alles veränderte. Überall Blut. Wieder hielt er seine Frau im Arm, doch sie war tot. Um ihn herum fiel die Asche seines mir gebannten Hauses herab, wie Schnee. Der Gestank war kaum auszuhalten. Es roch nach dunkler Brut. Er griff nach Sanaks, den noch in den eiskalten Händen seines Jungen lag, und ging. Er würde sie töten. Er würde sie alle töten. Der Schmerz in seinem Herzen war unerträglich. Er öffnete die Augen und erblickte das Zweitschrecklichste, was ihm in seinem Leben je widerfahren war. Über ihm kauerte ein schattenhafter Geist und saugte ihm das Leben aus. Das Lager um ihn herum war verschwunden, ersetzt durch bloß Vertrautes, beinahe Friedliches, Knochen, Tod und Verzweiflung. Er fragte sich, ob vielleicht sein ganzes Leben eine Illusion gewesen war, ob er überhaupt je eine Familie gehabt hatte. Für einen Augenblick war er erleichtert. Man kann nicht verlieren, was man nie hatte. Aber die Nähe des Todes verschaffte ihm Klarheit. Er wusste, dass sein Leben real war und alles andere nur Illusionen. Auf seinem verzerrten Gesicht zeigte sich ein Lächeln. Das war der Moment, den er so lange herbeigesehnt hatte. Er hob seine geschwächten Arme, umfasste das Gesicht des Dämons und küsste ihn. Es fühlte sich an, als würde er eine Wolke aus Sand und Staub küssen. Mit einem Mal verließ ihm die jägliche Trauer und damit auch der letzte Rest von Leben. Bevor sein Erschlafterkörper den Boden berührte, war alles vorbei. Er war endlich frei. Ausblährende Geschichten für Abenteuerlustige von Bruder Ramos aus Gültherme, 794 Sturmzeitalter. Ach ja, hoffentlich nur eine Sage hier, weil so viel Pech haben hoffentlich nicht viele Menschen. Das ist grausam. Okay, was ist hier noch? Hier muss doch der Junge theoretisch sein. Ähm, das verwirrt mich gerade. Hier geht's noch ins Erdgeschoss runter. Oder? Ich guck mal kurz ins Questbuch. Ein vermisstes Kind. Ach ja, wir sollen nach ihm suchen. Genau, sie wusste ja nicht genau, wo er ist. Aber er ist doch bestimmt hier, weil hier gibt's ja auch... Wir müssen leider gleich aufhören. Hier gibt's ja auch diese verschlossene Truhe, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ich geh nochmal kurz runter. Ich weiß, dass wir gleich aufhören müssen. Ich will nur noch kurz gucken, wo der ist. Los geht's. Ähm, und dann werde ich speichern. Ich hoffe jetzt auch, dass die Folge nicht zu schlecht war. Da ist der Weg nach unten oben. Da ist die Ausgangstür. Der ist doch bestimmt hier. Bin ich mir ganz sicher. Okay, hier versteckt sich jemand. Und das könnte der Junge sein. Ja, leider bin ich jetzt im Gespräch. Kacke. Ähm, hallo? Ist jemand da drin? Geh weg! Du wohnst hier nicht! Junger Mann, komm sofort da raus! Ich? Ja, Herren. Gut, ich bin rausgekommen. Du tust mir doch nichts, oder? Wenn du willst, gehe ich zurück in die Kirche. Das ist wohl Bevan hier. Interessant übrigens, dass er Wyn mit Herren angesprochen hat. Ja, leider sind wir jetzt im Gespräch drin. Das ist ziemlich beschissen, weil wir müssten aufhören. Ich hoffe, ich kriege das Gespräch jetzt schnell durch. Er hat sich gut versteckt. Ich hatte den im ersten Moment jetzt gar nicht auf dem Schirm. Äh, aber ich glaube, wir waren auch hier in dem Raum nicht drin. Ähm. Ich werde jetzt mal fragen, wie er heißt. Wie heißt du? Nur zur Sicherheit. Aber wirklich Bevan ist. Bevan, meine Schwester heißt Caitlin. Sie ist bestimmt in der Kirche und sucht mich. Die Frage ist, was tut er hier? Ja, weil man weiß, er hat ihr nicht Bescheid gesagt. Sie hatte ja Angst, dass er ihre Mutter retten will. Und hat ihn nicht gefunden. Ist das dein Haus? Ja, es gehört in meiner Mutter. Sie ist tot und Caitlin sagt, wir müssen woanders hin, wenn wir überleben. Naja, da hat sie nicht Unrecht. Sie hat ja auch gemeint, dass er nicht versteht, dass die Mutter nicht wiederkommt. Deine Schwester sucht dich, weißt du. Was er da drin gemacht hat, ist ja wohl klar. Er hat sich halt versteckt. Äh, was wohl auch cleverer war, weil es hätte ja jeder hier reinkommen können. Ich wollte nur nicht länger in der Kirche bleiben. Alle haben Angst und ich will doch tapfer sein. Okay. Hm. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, muss ich sagen. Eine bessere Einstellung als zum Beispiel von einem Lloyd. Oder einem Dünnen. Also er will tapfer sein. Was ist daran ta... Ja. Wir könnten ihm jetzt das Vorwerfen mit dem im Schrank verstecken, aber das will ich ihm eigentlich nicht vorwerfen. Geh zurück zu deiner Schwester. Sie macht sich große Sorgen. Es ist ja nett, dass er helfen will, aber er... Ja. Er ist halt noch ein relativ kleiner Junge. Jawohl, Herr. Danke, Herr. Quest aktualisiert. Ach, Kacke. Wisst ihr, warum ich jetzt nicht... Warum ich jetzt nicht speichere? Und warum ich das jetzt nicht lese? Ich lese das deswegen nicht, weil... Ähm... Haha, wir hätten ihn auf den Schlüssel ansprechen sollen. Äh, weil wahrscheinlich hätte er den Schlüssel für die Truhe gehabt. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe jetzt nicht gespeichert. Ich weiß, ich werde im Off schnell alles nachstellen. Es ist ja nicht viel. Ähm... Auch da werde ich dann Murdoch nicht überreden. Damit wir dann nicht anders stehen als jetzt. Tut mir echt leid, aber das habe ich jetzt ziemlich verpeilt. Aber wir haben nicht, äh, überzogen. Wenn wir jetzt gleich aufhören. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr später auch bei Gladius wieder dabei seid. Und dann morgen... Ähm... Ich werde dann, äh... Nach dem Gespräch... Nein, ich werde vor dem Gespräch speichern. Also bevor man hier in dieses Zimmer reingeht. Äh... Dann machen wir das Gespräch morgen ganz schnell. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.